Na, 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 na. Der Schlamper versucht gerade, Douglas zu brammeln. Oh, da kriegt er gleich die Nase voll. Hundertprozentig. Du, der Douglas lässt sich das nicht hier fallen, mein Schatz. Der jagt dich nachher mir durch die Gegend. Die Hütte kommt jetzt auch noch nicht mehr satt. Der ist nachher gemein zu dir, wenn du sowas machst. Hm, der lässt sich das eigentlich nicht gefallen. Douglas, komm mal her. Guck mal, der ja, der kleine Mann. Was denn du? Willst du ein Chef sein? Willst du auch ein Chef sein? Oh, mein Chef wird noch. Guck mal. Guck mal, was denn? Guck mal. 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 Guck mal.